Heute ist so ein Traumtag. Oh mein Gott, diese ganzen Kinderklamotten hier. I can't. Die riecht phänomenal. So, ich probiere jetzt meine Jacke an bei Max Mara. Mein Lobster Benedikt ist da. Richtig nice. Das erste Blech ist fertig. Wir sind fertig im Hermès. Willkommen zu einem wunderschönen Tag hier in London mit uns. Heute ist so ein Traumtag, irgendwie so in meiner Seele. Vor allem ein Traumwochenende. Wir haben richtig viel vor und wir nehmen euch mit. Was fangst du mit mir? Klukushama. Nicht Klukushama, Klumpirushama. Morgen. Das ist Dali's Traum Sonntagmorgen. Oder unser Traumwochenende besser gesagt. Das ist eigentlich so nach einer Woche mit Arbeit, wenn du alles irgendwie so auf deiner Two Manifest Liste abgehackt hast. Wir hatten Lives in der Magic Life Academy und haben Teammeetings gehabt und so weiter. Ein Teammitglied, die sind in den Urlaub gegangen, da war dann noch viel los. Vielleicht kennt ihr das ja auch kurz bevor ihr in den Urlaub geht. Es ist einfach noch so viel zu tun und so viele Abstimmungen und so viele Übergaben und so war das dann eben bei uns in der Woche. Und jetzt sind wir richtig, richtig slow in den Morning gestartet, oder? Absolut. Richtig, richtig slow. Ich habe Ewigkeiten geduscht gefühlt, habe meine Haare gemacht, habe mir Olaplex reingemacht, habe mein Make-up gemacht. In aller Ruhe und du warst mit Louis draußen, hast auch geduscht und jetzt haben wir uns fertig gemacht, denn wir sind auf dem Weg zu Hermès, oder? Ja, als erstes. Es ist nämlich eine Bestellung angekommen vom, ich glaube Februar, oder? März, Februar? Wann haben wir das bestellt? Sowas, ja. Ich glaube März. Wow, guck mal, wie viele Leute da rauskommen aus der U-Bahn. Wow, hast du schon mal so viele Menschen aus der U-Bahn kommen sehen, außer am Oxford Circus? Dann haben wir Brunch in einem wunderschönen Restaurant, und zwar ist das The Main in Mayfair. Ihr könnt es kaum erwarten. Das ist so ein schöner Spot. Und da danach gehe ich vielleicht noch kurz zu einem anderen Hermès, Hallo sagen zu meinem SA, weil das eh um die Ecke ist. Und dann wollten wir zum Harrods, weil Dali braucht eine Gesichtscreme, ich brauche mein Gesichtsöl. Vielleicht, ganz vielleicht, gehen wir noch kurz zu Van Cleve rein, weil ich mir ein neues Armband holen will. Kannst du vielleicht weiter filmen, bitte? Ich kann nicht mehr. Du ziehst doch wohl leicht die Kamera. Oh, ich kann nicht mehr, meine Hand fällt fast ab. Was wollte ich sagen? Ich habe mich nie mehr konzentrieren können, weil ich das Gefühl hatte, mein Oberarm fällt ab. Du bist einfach out of the game. Ich bin out of the game. Willst du ein bisschen weiter weg gehen vielleicht? Oh, das ist so perfekt. Ach so, jetzt willst du deinen Arm abstützen. Was ich sagen wollte ist, ich wollte mir ein neues Armband holen. Und zwar, habt ihr das hier vielleicht ja schon mal gesehen. Das ist das hier. Moment. Das da mit diesen, sind das eigentlich Kleeblätter? Ja. Und das gibt es halt in verschiedenen Steinen. Es gibt verschiedene auch Edelsteine davon. Und ich habe meine Eyes auf dem schwarzen, ich weiß nicht, wie der heißt. Mammut. Nein, der heißt nicht Mammut. Jedenfalls habe ich richtig Lust, den mal anzuprobieren. Mother of Pearl finde ich auch richtig schön. Den findest du auch schön, gell? Ja. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Mother of Mammut heißt der, glaube ich. Ja, genau. Genau, Mother of Mammut, ja. Mammut ist safe, heißt der so. Du bist heute auch ziemlich lustig in Deutsch. Voll. Und ich liebe dich genauso, wie du bist, weißt du das? Das sagst du doch jetzt noch so. Nein, das sag ich, weil es so ist. Warte, jetzt tun wir die Kamera kurz weg. Das ist immer noch so. Okay, wir sehen uns gleich. Ich denke, im Hermès kann ich nicht so viel filmen, weil die sehen das nicht so gerne dort. Und ich will nicht auf irgendeine sehr, sehr dunkle Liste gelangen, weil ich da irgendwie mit meiner Kamerad so vlogge. Morgen hat Dali sich Regen gewünscht, den ganzen Tag Regen, damit ich nämlich eine Krumpe Ruscha für ihn machen kann. Ich weiß nicht, wisst ihr, was eine Krumpe Ruscha ist? Ihr kennt doch bestimmt Burek. Und ich mache den Teig selber und ziehe den dann auch so lang mit meinen Händen. Vielleicht habt ihr das in irgendeinem Vlog mal gesehen. Hast du jetzt eigentlich kurze Nägel? Ja, jetzt habe ich kurz. Bisschen kurz, gell? Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr ich Dali liebe? Ich habe mir sogar, nur damit ich für ihn Pita machen kann und Burek, habe ich mir meine Nägel kurz gemacht. Schaut euch das mal an. Nur für dich. Weil ich hatte eine richtig lange spitze, mannelförmige Nägel. Kannst du die Kamera vielleicht so halten? Und habe den Teig gezogen und ich habe den ganzen Teig voll mit Löchern gemacht, weil meine Nägel zu lang waren. Und es hat trotzdem geschmeckt. Ja, danke. Aber jetzt habe ich sie extra kurz gemacht, nur damit ich für dich Pita machen kann. Du bist der Beste. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Bis gleich. Irgendwo. Vielleicht wahrscheinlich im Restaurant. So, was do you wear? I wear eine Hose von Sarah. Meine Jordans von Nike. Mein Air Jordan. Diese Bläser ist super alt. Ich glaube, der Name von Sarah. Die Obertais von Sarah ist eben ein total Look von Sarah. Meine Hermes Mini Kelly. Und so? Das war's. Bis mal. So wie immer. Cartier, Van Cleef, Leo Mathilde, Leo Mathilde. Van Cleef ist irgendwo hier unten versteckt. Ja, das war's. Let's go. So, wir sind fertig im Hermes. Haben unsere Cappuccino Cups geholt. Right? Yes. And now we're off to lunch. Ich habe so Hunger. Let's go. Spaghetti. Wo ist denn das Restaurant? Ach, hier. Okay. Ich überlege gerade die ganze Zeit, was ich essen soll, ihr Lieben. Ich überlege, ob ich Lobster Benedikt nehmen soll. Oder den Signature Cramble. Oder den Avocado Toast. Auf jeden Fall nimmt Dali die Pancakes und ich würde vielleicht noch einen Burrata nehmen tatsächlich. Ja, mal gucken. Okay, unser Roh-Saft ist gekommen. Und let's eat. Das ist so eine Tasche von dir. Ja. Dali will, dass wir ein Magazin rausbringen. Hier. Wow, das sieht so gut aus. Mein Lobster Benedikt ist da. Sieht so gut aus. Dann haben wir noch Hashbrowns. Avocadoast. Pancakes. Und Burrata. Der eigentlich gar nicht aussieht wie ein Burrata, ehrlich gesagt. Der sieht irgendwie aus wie ein Büffelmozzarella. Lass es dir schmecken, Baby. Du dir auch. So, jetzt kommt unser Famous Rating. Oder Baby, sollen wir eins machen? Ihr kennt uns ja. Wir raten immer so gerne die Restaurants. Wipe? Wipe Check? Eine 8? Ich hab's drin nicht gesehen. Ich glaube, drin ist, glaube ich, Rating. Ich würde auch sagen, so eine 8,5. Ich finde es richtig, richtig schön. Hochwertig. Ich finde das Geschirr total schön. Die Gläser. Richtig nice. Service. Bis jetzt. Zählen, gell? Schon richtig, richtig geil. Der ist, also der Kano ist, glaube ich, so... Der ist nur 30. Nein, der ist nicht 30. Wir können ja mal fragen. Aber ich glaube, der ist so 19 oder 20. Unfassbar freundlich zu vorkommt. Diese richtig, diese englische, britische, höfliche Art. Und dann sagt er so, good off to no. Also so richtig so, Madam. Can you tell me, what can I do for you, Madam? So, I love that. Essen. Deine Pancakes. Eine 8? Total ist eine 8. 7. Ich gebe auch eine 8. Heute sind wir uns einig vor Schule. Thanks to you, like I love you. Die Musik ist sehr schmerzig. Deine Musik? Deine Musik, gell? Musikbewertung? 10 von 10? Nee, eine 9. Eine 9, okay. Voll cheesy. Okay. Also ich fand's unglaublich lecker. Ich hatte ja die, ähm, den, äh, die Eier mit dem Fisch, mit dem Lobster. War mega lecker. Die Pancakes haben es abgeschossen. Die waren der Hammer. Der Avocado-Toast war gar nicht gut. Null. Das war der Premium-Star-Toast. Oh nein. Du bist mir so leid. Du bist so sorry. Das ist die Aftermath. So sieht das Essen dann danach aus. I love you. I love you. So, ich probier jetzt mal eine Jacke an bei Max Mara. Ich hatte die letzten drei Saisons, glaub ich, auch eine Jacke von Max Mara. Ich mach sie mal kurz zu und zeig euch, wie die aussieht. Die ist richtig nice. Das komische ist, das ist eine 36. Und ich hab am Anfang gesagt, nee, das passt mir nicht. Weil ich dachte, die ist auch hier viel zu eng an den Ärmeln. Aber die passt einfach. Aber die bringen mir jetzt trotzdem eine 38, weil ich glaub, wenn ich einen Pulli drunter anziehen will, dann ist es besser, wenn die so ein bisschen größer ist. Die Farbe ist ein Träumchen. Schaut euch das an. Und so sieht sie aus, wenn sie zu ist. Richtig schön. Die ist hier seitlich zu oder du kannst sie auch komplett aufknüpfen. Ich finde, die Qualität von Max Mara ist der absolute Hammer. Also seit ich dieses... Ich mach ihn mal zu. Seit ich die Jacke hatte vorletztes Jahr, war das, glaub ich, oder vorletztes Jahr. Ich bin begeistert von der Qualität. Also die hält unglaublich warm. Wir waren in Schweden. Sorry. No worries. Wir waren in Schweden und in Schweden war uns teilweise minus 22 Grad. Und die hat mich komplett warm gehalten. Also die war der absolute Hammer. Das würdest du gar nicht denken, weil die so dünn sind. So, wir sind im Shoehaven und haben Schuhe gekauft. Also ich hab keine Schuhe gekauft. Darlene hat mir Schuhe gekauft. Ich zeig sie euch natürlich, was für Schuhe die sind. Von einer meiner liebsten Schuhbrands. Oh mein Gott, diese ganzen Kinderklamotten hier. I can't. Die sind so schön. Schau mal die kleine Spielecke da unten an. Süß. Oh mein Gott, ist das alles süß. I can't. Schaut euch mal den hier an. Der hat einfach oben eine Teekanne als Tannenbaumspitze. Oh mein Gott, wie schön. Und dann Tassen. I love it. Wir sind zu Hause angekommen. Ich dachte mir, bevor ich das ewig schiebe und euch irgendwann mal die Sachen zeige, die ich gekauft habe, mache ich das gleich. Ich weiß, ihr mögt einen richtig guten Haul. Holt euch was zu trinken. Es wird ein bisschen länger. Ich war bei Max Mara, wie ihr gesehen habt. Und habe eine riesengroße Tüte mitgenommen. Und eigentlich brauche ich es gar nicht so richtig anboxen, weil ihr habt schon gesehen, was ich mitgenommen habe. Nämlich die Jacke, die ihr gesehen habt. Kommen wir kurz zu La Mer. Dali und ich waren nämlich kurz noch unten im Erdgeschoss im Haralds und haben uns bei La Mer. Er seine liebste Creme. Ich mein liebstes Öl geholt. Das ist jetzt die Creme für Dali. Und ich habe mir mein Öl geholt. Das gab es leider heute nicht vorrätig in der großen Größe. Also habe ich es halt in klein mitgenommen. Einfach, dass ich es habe, weil meins ist so gut wie leer. Wir waren wie immer oben im Shoe Heaven. Und Dali war begeistert von den Schuhen, die ihr gesehen habt. Ich finde alle Amina Moi die Schuhe wunder, wunderschön. Es gibt ein paar, klar, die würde ich jetzt nicht unbedingt immer tragen wollen. Aber es gibt, die sind die meisten Modelle gefallen mir echt richtig gut. Das ist mein drittes Paar. Die sind wunderschön. Das sind richtige, richtige Prinzessinnen-Cinderella-Schuhe. Schaut euch das mal an. Die Farbe ist ganz neu. Und wenn du den anhast, das ist wirklich der schönste, sexieste Fuß ever. Und die passen einfach zu allem. Wirklich zu einer Jeans, zu einem Rock, zu einem Kleid. Endlich nach zehn Monaten. Wir haben es im Januar bestellt. Wir dachten, wir hätten es im März bestellt, als wir dort hingefahren sind. Und dann hat unsere SA in das System reingeschaut und hat gesagt, nee, ihr habt das im Januar bestellt. Und ich dachte mir nur so, wow, wie schnell erstens geht Zeit vorbei. Und Zeit ist ja sowieso eine reine Illusion und ein 3D-Konstrukt erfunden von Menschen. Also Zeit gibt es ja in dem Sinne gar nicht. Es gibt nicht eine Vergangenheit oder eine Zukunft. Es gibt immer nur den jetzigen Moment, in dem du lebst und bist. Aber wenn wir jetzt mal von dem Kalender ausgehen, dann haben wir im Januar das jetzt bestellt. Und es hat einfach zehn Monate gedauert. Könnt ihr euch das vorstellen? Hier ist die... Das ist die große Box. Oh mein Gott. Oh wow. Ich zeige es euch. Große, große, große Liebe. Das hier ist der Untersetzer. Ich zeige es euch mal. In diesem klassischen Hermes-Muster. Und das ist die passende Cappuccino-Tasse. Oder auch Kaffeetasse. Das ist halt sowas, das hast du für immer. Das ist ein wunderschönes Geschenk für jemanden, der Porzellan mag, der ein Hermes-Fan ist. Tee gerne trinkt, Cappuccino gerne trinkt, Kaffee gerne trinkt. Ich kann mir vorstellen, dass ich das in meine Kinder weiter vererbe. Meine Urenkel, an wen auch immer, der nach mir kommt, vererbe. Das ist wirklich... Also feiner als das geht natürlich bestimmt immer, aber das ist schon was ganz, ganz Feines. Ein ganz feines Porzellan von Hermes. Dann hätten wir noch neue Kerzen. Falling Berries, glaube ich, heißt die Kerze. Und das Design ist wunder, wunderschön. Schaut euch das an. I love it. Oh, die riecht sehr frisch. Die riecht so ein bisschen wie frisch gewaschene Wäsche. Und so ein Hauch frischer Wind. So würde ich sie beschreiben. Oh, schaut wunder, wunderschön aus. Uh, die riecht sehr männlich. Die riecht so ein bisschen... Wir waren draußen spazieren, sind rein in die Wohnung gekommen. Und du riechst immer noch so das Parfum von deinem Onkel, von deinem Mann, von wem auch immer. Uh, Laundry Day. Damit hat mich Maike total angefixt. Sie hat diese Kerze in, ich weiß nicht, wie vielfacher Ausführung daheim. Und wie viele Backups davon. Und ich dachte, okay, die muss ich haben, wenn die Maike schon so viele Kerzen davon hat. Dann muss die gut sein. Oha. Die riecht einfach wie... Wie Vianel. Wie Lenore. Oh, Palo Santo. Auf die habe ich so lange gewartet. Mein größter Wunsch ist, dass das die beste Kerze ever ist. Weil ich liebe Palo Santo. Ich habe auch selber meine eigene Duftkerze hergestellt mit Palo Santo. Und die roch richtig gut. Mein Gott, die riecht... Die riecht wie Chestnut and Cloth. Die riecht phänomenal. Oh. Okay, zweite Tüte. Ich habe euch jetzt mal umgesetzt, weil ihr dann die Kerzen besser seht und ich besser lesen kann, was draufsteht. Da drüben war es einfach viel zu dunkel. Die riecht so gut. Wow, die riecht so gut. Hier hat so eine ganz leichte Würze drin, so als hättet ihr irgendwas gebacken. Aber ansonsten ist sie sehr pudrig. Winter Cabin ist die nächste Kerze. So sieht die aus. Oh. Die ist ja super frisch. Frische Weihnachtsluft. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Sweater weather. Oh mein Gott, meine liebste Kerze. Ganz leckeren Früchten, wie so ein Fruchtpunsch und trotzdem cremig. Was ist das? Hm, Vanilla Birch. Okay, die riecht weich, pudrig, vanillig, aber nicht dieses In-Your-Face-Vanille. Kennt ihr das? Diese starken Vanillekrüche, sondern sehr sanft, so ganz dezent. Hm, Evergreen. Habe ich mal vor ganz vielen Jahren gehabt. Oh mein Gott, das Design. Schaut euch das mal an. Oh. Große Liebe für das Design. Oh. Boah, die riecht so ein bisschen nach Frische und Tannen und vielleicht so einen Hauch Eukalyptus. Aber ich weiß nicht, ob nur ich das bin, die das riecht. Okay, noch zwei Kerzen habe ich. Hm. Winterberry Wreath oder Wreath. Oh wow, das Design ist wunderschön. Wie so ein Punsch eigentlich fast schon. So süßlich-beerig. Hm. What's that? Eukalyptus Snowfall? Oh mein Gott. Mit einem Schlittschuh drauf. Das riecht für mich einfach nach Eukalyptus und Schnee. Anders kann ich es nicht beschreiben. Okay, wow. Wow, das waren viele Kerzen. Das war ein großer Haul. Ich werde jetzt alles mal verräumen, aufräumen. Ich habe so viel Verpackungsmaterial, dass ich jetzt erstmal runterbringen muss zum Müll. Damit wir hier nicht im Kartonhaufen verbringen unser Wochenende. Und dann werde ich mich wahrscheinlich abschminken, mir ein Cappuccino machen aus meiner neuen Tasse, trinken und den Samstagabend genießen. Ich hoffe sehr, dass ihr Spaß hattet, uns zu begleiten an so einem wunderschönen Samstag in London. Sagt mir mal Bescheid, ob es euch Spaß gemacht hat mitzukommen, ob euch diese Art von Vlogs gefallen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich morgen weiter vloggen soll. Vielleicht vlogge ich morgen noch ein bisschen, wie ich Krumpirusha mache, wie ich Burek mache. Besser gesagt, eine Pitta mache. Und ja, ich sage Tschüss und bis entweder später oder bis morgen. Habe ich euch eigentlich den Haul von Sarah gezeigt. Habe ich euch wahrscheinlich nicht gezeigt von Sarah Home. Ich habe diese Teller gekauft. Sowohl den als auch den. Plus Untersetzer. Und es sieht so schön aus für den Herbst. Und die Gläser sind von Anthropologie vom letzten Jahr. Die passen voll gut dazu, weil die auch so grün sind. Welcome. Heute ist Sonntag. Und ich habe euch gesagt, wir werden heute super easy peasy machen. Dali hat sich Regen gewünscht und er ist mit Regen aufgewacht. Wund in Erfüllung gegangen. Wir haben super lange im Bett gelegen. Und dann haben wir uns einen Juice geholt. Im Joe and the Juice. Und haben eine Acai-Bowl gegessen, die echt nicht gut war, muss ich sagen. Die war wirklich, wirklich nicht gut. Zum allerersten Mal und zwar die von Joe and the Juice. I don't like it. Wir haben einen Spaziergang gemacht. Haben schon ein paar tausend Schritte auf dem Tacho. Wir waren mit Louis draußen und sind nach Hause gekommen und haben super easy peasy gemacht. Und jetzt mache ich mit euch zusammen, wenn ihr Lust habt, Bodeck und Pita. Ich gehe, glaube ich, ganz kurz zum Supermarkt und hole körnigen Frischkäse. Und weil ich habe richtig Bock, eine Pita mit Käse zu machen. Dali wünscht sich eine Pita mit Kartoffeln. Kriegt er natürlich. Dadurch, dass ich aber ein bisschen mehr Teig mache, habe ich mir überlegt, mache ich noch mit Frischkäse. Eigentlich bist du ein Bosnier by heart. Dali's Eltern, also sein Papa kommt aus Serbien und seine Mama aus Kroatien. Dali ist ja in Deutschland geboren. Und ich bin ja in Kroatien geboren, aber meine beiden Eltern sind aus Bosnien. Du warst das fehlende Puzzlestück. Ich war das fehlende Puzzlestück in seinem... Meiner jugoslawischen Herd. Die bosnische Frau in deinem Leben, die du gebraucht hast. Das ist in die Werse. Das ist in die Werse. Das ist schon, was ich bekomme. Oh, schön. Auf jeden Fall, ich habe ja mal einen DNA-Test gemacht. So viel dazu, ich bin Bosnierin. Ich bin zu 30% vom Balkan. Zu 30% bin ich aus dem Baltikum. Also Lettland, Estland und so weiter. Also quasi 30-30. Und dann bin ich zu 18% Griechen und Italienerin. Zu 12% Schwedin. Und zu 10% oder irgendwie sowas aus Sardinien. So viel zum Thema Herkunft. Naja, jedenfalls mache ich jetzt gleich meinen Teig. Ich überlege gerade, ob ich meine KitchenAid dafür benutzen soll. Oder ob ich meine Hände dafür benutzen soll. Denn beim letzten Mal habe ich die... Wie heißt es? Die KitchenAid benutzt. Und der Teig ist nicht so gut geworden. Der Teig ist eigentlich super easy. Ich habe 750 Gramm Mehl. Circa 8-9 Gramm Salz. Und jetzt kommen noch 400 Milliliter lauwarmes Wasser dazu. Und ich werde jetzt diesmal nicht die KitchenAid benutzen. Einfach, weil es beim letzten Mal, wie gesagt, nicht so gut geworden ist. So sieht der fertige Teig aus. Eure Hände sollten quasi nichts mehr dran haben. Die Schüssel sollte frei sein von Mehl. Und ich habe das jetzt so circa... Ich schaue mal auf die Uhr. Ja, so 5-6 Minuten geknetet. Und da kommt jetzt so ein bisschen Öl drauf. Einmal auf den Teig. Und einmal in die Schüssel. Damit das einfach feucht bleibt und nicht trocken wird. Und den lasse ich jetzt für eine Stunde stehen bei Zimmertemperatur. Mein Plan war es, kurz Feta zu kaufen. Und kurz Frischkäse zu kaufen für die Pita. Oh Gott, und ich bin nach Hause gekommen mit den schönsten Weihnachtskarten. Ich verschicke tatsächlich immer noch Weihnachtskarten. Jedes Jahr an Freunde und Familie. Einfach, weil ich es so wunderschön finde. Ja, das einfach in der Hand zu halten. Und dann sich die Motive anzugucken. Und ja, sich einfach... Oder zu schauen oder wertzuschätzen, besser gesagt. Welche Gedanken sich der Illustrator gemacht hat. Oder der Grafiker. Ach, das ist einfach ein Träumchen. Also, kennt ihr das? Ihr geht einfach irgendwo in den Supermarkt oder zum DM. Und ihr wollt eine Sache, zwei Sachen kaufen. Und ihr kommt zurück mit sehr notwendigen Produkten. Wie zum Beispiel diesen Formen für Poached Egg. Dann diese Cups für, wenn ich zum Beispiel irgendwie backe oder wie auch immer. Und ich brauche dann so kleine Mengen, wie zum Beispiel hier 2,5 Milliliter. Und Weihnachtsmannschoki. Schoki, Weihnachtsmannschoki. Nikolaus, of course. Dann unser liebstes Mehl von Waitrose. Das ist das Bio Organic Mehl. Tomaten von Natura lieben wir. Und dann habe ich tatsächlich meinen Back- und... Ja, eigentlich ist es nur mein Back-Vorratsschrank ein bisschen aufgefüllt für die kommende Weihnachtszeit. Für Plätzchen. Einmal Organic Almonds. Und dann diese ganzen Geschichten zum Topping. Also Cinnamon Sugar. Das ist halt Zimt und Zucker schon fertig. Kann man natürlich auch alles selber machen. Ist ja klar. Ich mache es mir halt in dem Fall sehr einfach. Dann Vanilla Bean, also Pasta. Und ja, dann diese Sprinkles. Sparkle Sprinkles. Oh mein Gott, die sind so schön. Das sind diese Holly and Berry Sprinkles. Wie schön. Diese Christmas Sprinkles. Wie schön die sind. Und dann, dadurch, dass wir keine Gelatine benutzen, wenn wir backen, so ein Veggie-Gel. Noch Vanilleschoten und einmal Organic Milk Chocolate zum Kochen. Und dunkle Schokolade von Lindh auch zum Kochen. Und das hier ist mein kleiner, aber bescheidener Back-Vorratsschrank. Und ich habe hier noch Spekulatius-Gewürz aus unserem German Daily Shop. Ach, große Liebe. Da habe ich nämlich alles auf Vorrat eingekauft. Vanillezucker von Dr. Oetker und, und, und. Ich verliebste Marmelade ist die hier. Ach, die ist so gut. So lecker. Super wenig Zucker drin. Love it. Und, was ich auch immer daheim habe, ist Eisen und Vitamin C. Ich merke das nämlich tatsächlich, wenn mir Eisen fehlt, kriege ich verschiedene Symptome tatsächlich. Entweder schwindel oder, wenn ich zum Beispiel irgendwie auf dem Boden war und dann schnell hochgehe, dann wird mir auch schwindelig schwummerig oder mein Herz fängt an zu rasen. Und das liegt meistens, eigentlich zu 100 Prozent, an meinem Eisenmangel. Deswegen nehme ich immer Eisen in Kombination mit Vitamin C, weil dann das Eisen viel besser aufgenommen werden kann vom Körper. Und dann habe ich mir Adventskalender gekauft. Die ersten. Oh, wie schön. Ich freue mich so, und zwar zum allerersten Mal von Lind einen. Der sieht echt toll aus. 24 Luxurious Chocolates to Countdown to Christmas. Yes. Und dann habe ich mir noch einen Tee-Adventskalender gekauft. Ich habe mir nämlich vorgenommen, im Dezember oder allgemein einfach, auch im November, viel, viel mehr Tee zu trinken. Und hier wartet schon mein Teig auf mich. Oh, der ist bestimmt richtig gut geworden. Das ist der Teig. Den habe ich gerade mit Nudelholz so ein bisschen glatt gemacht. Da kommt jetzt Öl drüber und dann ziehe ich das mit meinen Händen lang. Und dann befülle ich es und dann kommt es in den Backofen. Das erste Blech ist fertig. Und jetzt kommt da noch Butter obendrauf. Einfach damit es schön knusprig bleibt bis am Ende, damit es halt nicht zu sehr austrocknet. Und dann kommt das in den Backofen. Ich schätze so bei 200 Grad Umluft. Ich mag da halt Umluft sehr, weil mir alles andere immer mit Ohr und Hisse zu trocken wird. Und ich mag das halt einfach nicht. Das Ganze hat jetzt fast 27 Minuten im Backofen verbracht. Und ich habe es so 5 Minuten bevor es fertig ist rausgenommen und mit ein bisschen Wasser und Butter beträufelt. Beziehungsweise schon eine gute Menge dazugegeben. Einfach damit es richtig knusprig wird. Und dann gebe ich es nochmal in den Backofen für 5-6 Minuten. Und dann kann es rausgehen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das ist fast fertig. Die erste Pita Sassirom. Also mit Käsefüllung ist fertig. Und die sieht so gut aus. Baby, schau mal. Ach, Dali hört einen Podcast. Der hört mich gerade nicht. Aber die ist so knusprig. Can't wait to eat it. Und die Pita mit Kartoffeln ist noch drin. Das ist unser Dinner für 10 Personen. Ich habe es leicht übertrieben. Aber gut, wir können ja morgen noch davon essen, richtig? Yes. Wir verabschieden uns von euch und sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Oh, du wolltest gerade winken. Ich wollte gerade winken. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir werden jetzt essen. Und wir beenden den Wochenende-Vlog an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit im Vlog. Konntet ein bisschen abschalten. Konntet euch inspirieren lassen, was ihr am Wochenende tun könnt. Oder kochen könnt. Shoppen können. Wie auch immer. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Vlog wiedersehen. Und ich sende euch einen riesen, riesen Kuss. Und passt auf euch auf. Und ich kann es kaum erwarten, euch im nächsten Vlog zu sehen. Adios.